In der heutigen Folge berichten wir über einen Megadeal zwischen zwei KI-Giganten und gucken, was es mit der Aussage We Will Shock the World auf sich hat. Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Christoph Bender und Lukas Loker. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen. Ja, starten wir wie immer mit dem Rückblick auf die vergangene Woche, heute am 23.01.2024. Und wir sehen eigentlich ein ähnliches Bild, wie wir es auch in den Vorwochen gesehen haben. Deutschland, der DAX tut sich nach wie vor eher schwer, während vor allem mal wieder, getrieben durch die großen Tech-Werte, die amerikanischen Börsen sogar neue Rekorde vermelden konnten. Aber vielleicht kurz der Reihe nach heißt konkret, DAX immerhin mal, aber auch nur aufgrund des guten gestrigen Tages mit einem kleinen Wochenplus von knapp einem Prozent. Schlusskurs gestern 16.683 Punkte. Aber auf Jahressicht steht hier immer noch ein kleines Minus von 0,5 Prozent. Ganz anders sieht es da in den USA aus. Ich sagte es bereits in der letzten Woche, Big Tech, also die großen Tech-Konzernen in den USA sind erwacht und haben die großen Aktienindizes sogar auf neue Rekordstände gehievt. Sowohl der Nasdaq als auch S&P 500 mit einem Wochengewinn von knapp drei beziehungsweise knapp zwei Prozent. Und das bedeutet bei beiden Indizes neue Allzeithöchstände. Und Big Tech ist eben das Thema. Lukas, das ist dein Einsatz. Erstmal herzlich willkommen als neuer Host hier bei uns in der Runde. Big Tech ist tatsächlich wieder mal verantwortlich für das, was die Indizes nach oben gehievt hat. Und wir haben ja eigentlich schon so einen Mega-Deal unter zwei von diesen Big Tech-Unternehmen zu verkünden. Ja genau, Christoph. Meta sorgt für Aufsehen, geben Milliarden US-Dollar aus und bestellen 350.000 Künstliche Intelligenz-Chips bei Nvidia natürlich. Davon profitiert nicht nur Nvidia mit der Großbestellung, sondern auch Meta, weil hier ein positives Zeichen ist, wenn sie in das Thema Künstliche Intelligenz investieren. Hier vielleicht auch nochmal ganz spannend. Hätte man zu Börsenstart von Nvidia, die Nvidia-Aktionäre wird es bestimmt freuen, 500 Euro investiert, dann hätte man heute bereits über eine Million Euro. Ja, Wahnsinnzahlen. Auch glaube ich in diesem Jahr, Lukas, über 20 Prozent schon wieder das Plus-Year-to-Date bei Nvidia. Also die Story zumindest aktuell kennt kein Halten. Schauen wir mal, wenn dann in ein paar Wochen die Quartalszahlen kommen, ob das tatsächlich bestätigt wird. High Performer unter dem Big Sale. Ja, aber machen wir vielleicht mit dem Rückblick ganz kurz weiter, bevor wir gleich nochmal wieder auf Tech zu sprechen kommen. Beim Goldpreis ging es auch wieder leicht nach unten und zwar um circa ein Prozent. Eine Unze kostet aktuell gut 2020 US-Dollar. Deutlich stärker ging es dann beim digitalen Gold, dem Bitcoin nach unten und das trotz der Nachricht aus der letzten Woche, Sie erinnern sich wahrscheinlich, dass die Börsenaufsicht in den USA den lang ersehnten Bitcoin-ETF durchgewunken hat. Trotzdem, Lukas, die Nachricht hat durchaus Spuren hinterlassen. Ich sage nur Stichwort, eine Milliarde Dollar. Genau, wir hatten gerade schon die eine Million bei Nvidia. Kommen wir zu eine Milliarde. Wir hatten beim letzten Mal über den ETF gesprochen, der zugelassen wurde und in nicht mal einer Woche waren bereits am Mittwoch, den 17. Januar, eine Milliarde, die eine Milliarde Marke geknackt. Und das trotz des Wochenendes und den letzte Woche, den Martin-Luther-King-Day. Und das sind natürlich schon wohl ziemlich starke Zahlen, trotz, dass der Bitcoin eigentlich so schwach performt hat in der letzten Zeit. Ja, greift aber vielleicht das, was wir auch in der letzten Woche schon gemutmaßt hatten, dass da auch eine Menge schon eingepreist gewesen ist in den davorigen Wochen, wo der Bitcoin ja ganz ordentlich gestiegen ist. Ja, so, dann können wir den Rückblick aber auch, glaube ich, ganz schnell abschließen, weil auf der Zinsseite hat sich eigentlich gar nichts getan. Zehnjährige deutsche Staatsanleihen notieren weiterhin bei gut 2%, 2,26%, um genau zu sein. Und auch bei dem Pendant in den USA, zehnjährige US-Treasuries, aktuell 4,1%. Das ist quasi auch unverändert zur Vorwoche. Ja, kommen wir zur Unternehmensseite und Lukas, ich hatte es gerade schon gesagt, wir bleiben jetzt vielleicht nicht bei Big Tech, aber ganz weit weg sind wir auch nicht. Stichwort Paypal. Genau. Da gibt es auch eine Ankündigung im Markt. Da sind wir auch mal gespannt, was diese Woche passiert. Ja, ganz genau. Alex Chris war bei einem Interview und hat Großes angekündigt. We will shock the world, sagte er. Ja, was die Aktionäre erstmal positiv aufgenommen haben, was auch positiv gemeint war. Und zwar meint er damit, dass am sogenannten Innovationstag, am kommenden Donnerstag, also den 25.01., eine große Ankündigung hier kommen soll. Sowohl auf der Handelsseite als auch auf der Konsumseite ganz neue Innovationen stattfinden sollen, was die Börse dann auch erstmal sehr, sehr positiv aufgenommen haben. Die Aktie hat auch direkt reagiert, ist von 58 US-Dollar auf 66 US-Dollar gestiegen, also gute 10%. Gestern leicht abgegeben auf 64 US-Dollar. Unsere DZ Bank hat hier auch zuletzt am 2.01. diesen Jahres ein Research rausgegeben. Votum war hier auch Kauf, Ziel 76 US-Dollar. Fakt ist, die Messlatte hat man sich auf jeden Fall schon mal selber hochgelegt. Gucken wir mal, was am Donnerstag dann tatsächlich von We shock the world übrig bleibt. Absolut, ja. Die Fallhöhe ist auf jeden Fall auch da, aber gut, wenn die Nachricht entsprechend ist, der Aktienkurs liegt, glaube ich, ich meine, eine gute 70% unter den Allzeithöchständen, da wäre auf jeden Fall noch Potenzial. Manchmal über 200, ganz genau. Ja, und das nächste Unternehmen, Christoph, irgendwo im Oktober, meine ich, wurde es schon mal angekündigt, damals war es der Barbie-Film. Ja, jetzt ist es Weihnachten, viele haben vielleicht Birkenstocks bekommen, ich zumindest auch von meiner Frau. Christoph, wie sieht es da aus? Da wurden Zahlen gemeldet letzte Woche, du hast es auch schon angekündigt. Hast du auch Birkenstocks bekommen von deiner Frau? Nein, ich nicht, aber meine Frau hat es schon mal aufgerüstet für den Sommer und tatsächlich auch ein paar neue Birkenstocks gekauft. Also gucken wir mal, ich hatte es letzte Woche auf jeden Fall schon angekündigt, Birkenstock, Birkenstock, das deutsche Traditionsunternehmen, das dann aber vielleicht auch leider letztes Jahr im Oktober in den USA an die Börse gegangen ist und jetzt erstmal Zahlen vorgelegt hat. Wie gesagt, letzte Woche erstmals die Zahlen präsentiert dann auch und die Zahlen waren eigentlich durchaus solide, allerdings fanden Investoren dann doch zumindest ein Haar in der Suppe. Also bezogen auf das zurückliegende Geschäftsjahr sprach der Vorstandschef Oliver Reichert auf jeden Fall vom Zitat erfolgreichsten Jahr in unserer 250-jährigen Firmengeschichte. Bedeutet konkret, der Umsatz ist immerhin um fast 20% zum Vorjahr auf immerhin 1,5 Milliarden US-Dollar gestiegen und auch das operative Ergebnis, also der Gewinn vor Zinsen und Steuern, konnte um 11% auf immerhin 483 Millionen Euro gesteigert werden. Größter Wachstumsmarkt, das ist auch vielleicht ganz interessant, ist eben nicht Deutschland, das hatten wir damals im Oktober schon gesagt, sondern bleiben die USA und man profitiert hier weiterhin von dem Trend zu bequemer Kleidung, auch nach Corona, weil doch viele Menschen weiter im Homeoffice statt im Büro arbeiten. Und Lukas, du hast gerade gesagt, dann kam natürlich auch noch der Hype um den Kinoklassenschlager Barbie, ich glaube du hast ihn sogar geguckt, ne? Ja, zwangsläufig, aber im letzten Jahr dazu. Also allein nach dem Kinofilm sind die Umsätze nochmal um 30% nach oben geschossen, also der Effekt ist dann definitiv nicht verpufft. Trotzdem, die Aktie hat erstmal negativ auf die Zahlen reagiert, Grund war vor allem der bereinigte Gewinn im letzten Quartal und die Ankündigung weiter zu Lasten der Marge wachsen zu wollen und es ging dann auch erstmal um 7% nach unten für die Aktie nach Veröffentlichung der Zahlen und man muss eigentlich schon sagen, zumindest an der Börse war das Ganze noch nicht die ganz große Erfolgstheorie, was Birkenstock hier hingelegt hat. Die Aktie kam nämlich im Oktober, Lukas, du hast gerade gesagt, zu 46 Dollar an die Börse, ist dann erstmal abgetaucht auf sogar unter 36 Dollar, lag dann in der Spitze bei gut 52 Dollar und notiert jetzt aktuell bei ca. 47 Dollar. Also wenn man dem was Positives abgewinnen will, dann immerhin leicht über dem Ausgabekurs im Oktober. Nach vorne bleibt man eigentlich optimistisch, Oliver Reichert, ich hatte es gerade schon mal gesagt, das ist der Vorstandsvorsitzende von Birkenstock, hat angekündigt in der Pressekonferenz 2023, 2024 in dem Geschäftsjahr, weitere Märkte erschließen zu wollen, unbeirrt vom allgemeinen makroökonomischen Abschwung, der in der Welt festzustellen ist. Also man will sich hier gegen den Trend stemmen. Also das vielleicht mal ganz kurz zu Birkenstock, da werden wir bestimmt auch in den nächsten Monaten immer nochmal wieder was hören. Kommen wir zum Ausblick, weil es geht jetzt doch so langsam richtig in die Vollen, was die Berichtssaison angeht, Lukas. Absolut, genau. Kommen wir vielleicht erstmal zu den Wirtschaftsdaten, da haben wir am Donnerstag den IFO-Geschäftsklimaindex und auch ganz wichtig EZB-Sitzung am Donnerstag. Ja, das wird wahrscheinlich somit die spannendste Zahl des Jahres, des Jahres dieser Woche sein, weil wir haben es ein paar Mal bemüht hier auch in den letzten Wochen, es steht und fällt schon viel mit dem, was auf der Zinsseite auch für die nächsten Wochen zu erwarten wird. Und da sind logischerweise Äußerungen der Notenbanken die Äußerungen, wo tatsächlich der Markt dann drauf achten wird. Ja, wobei man hier auch erstmal erwartet, dass der Zins gleich bleibt. Wir sind mal gespannt, ob es hier noch große Überraschungen gibt. Auf der Unternehmensseite haben wir ja auch einige Chip-Konzerne dabei, die Zahlen melden, aber auch weitere Unternehmen. Heute melden zum Beispiel Procter & Gamble Zahlen, die für die Leute, die es nicht wissen, einige Produkte haben, die die meisten zu Hause haben. Dazu gehört zum Beispiel Pampers, Lenore, Braun oder Gillette, Head & Shoulders, Oral-B und auch Vic, das Bonbon gehört dazu. Und das war nur eine Auswahl von den Produkten, die sie tatsächlich eigentlich auch vermarkten. Genau. Sonst haben wir am heutigen Tage noch Netflix, die Zahlen melden. Morgen, am Mittwoch, ist dann ASML, ein niederländischer Konzern, der für die Chip-Produktion die Maschinen baut. SAP im deutschen Bereich und auf der amerikanischen Seite Tesla. Einer der Big Seven übrigens, genau. Ganz genau, da wird es wahrscheinlich auch nochmal, da wird auch sehr, sehr detailliert drauf geschaut. Am Donnerstag kommt Intel und Thema Luxus. Wir hatten heute schon Birkenstock dazu dabei. Meldet am Donnerstag LVMH-Zahlen. Die übrigens auch Großanteilseigner von Birkenstock sind. Ja, also genug Stoff für die nächste Woche. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Lukas, lieben Dank für deine Premiere hier bei uns. Ist, glaube ich, super gelaufen. Wir freuen uns, dich nächste Woche direkt wiederhören zu dürfen. Ich glaube, zusammen mit Marco bist du dran. Genau. Insofern gerne nochmal an dieser Stelle Feedback von Ihnen eingefordert, wenn es Ihnen gefallen hat oder auch nicht. Unter podcast.at.vrprivatebanking.de Und ansonsten nochmal, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Dankeschön. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team